Samstagabend, 24. November. Die Dortmunder Westfalenhallen. Es sollte eine Gala der Emotionen werden. Der achte Kind Award 2012. Hier über diesen roten Teppich, da werden sie gleich auflaufen. Die Prominenten zur achten Ausgabe des Kind Award. Und Daisy und ich, wir freuen uns darauf. Wen wirst du denn nachher interviewen? Ja, wir werden gleich die Jana Ina, die Alexandra interviewen. Wir werden natürlich schauen und machen den Promi-Style-Check, welches Make-up getragen wird, von wem sie ausgestattet wurden und vieles mehr. Ja, ich schaue dann mehr auf den Anzug von Henry Maske und aufs Kleid von Jutta Speidel, denn sie wird ja heute Abend auch einen der Awards bekommen. Darauf sind wir ganz besonders gespannt. Also roter Teppich, große Garde der Pressekollegen und wir beide sind live dabei. Die Vorbereitungen fürs Blitzlichtgewitter liefen auf Hochtouren, denn sie kamen pünktlich. Die Stars aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Am roten Teppich war Bewegung. Schauspielerinnen, Ex-Eisprinzessin. Aber als Botschafterin hat sich Marina Kielmann vorbereitet. Die Vorarbeit war sehr, sehr intensiv und ich bin sehr gespannt auf eine sehr emotionale, witzige und spannende Gala. Küsschen hier, Küsschen da und die Blitzlichter glühten. Auch für den Gentleman des Boxsports, Henry Maske. Ein Sportler hat der Vorteile gegenüber anderen Spendensammlern? Ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall geben wir nicht so schnell auf, wenn wir mal das Gefühl haben, es geht nicht weiter. Wir beißen und wir sind zielstrebig. Ich unterstelle das auch vielen anderen Menschen, aber speziell Sportler haben diese Eigenschaften und ich glaube, wir sind auch nicht ganz so schnell zufrieden zu stellen. Sein Name ist Illmann, Peter Illmann. Richtig, Peters Pop Show. Peter Illmann, gebürtiger Dortmunder. Heute hat Sie was ganz anderes in die Stadt geführt. Wie lange waren Sie nicht hier? Ich war seit, glaube ich, 15 Jahren nicht mehr da und beruflich sowieso nicht, aber privat auch wenig, weil meine Eltern damals weggezogen sind und insofern hat mich nichts mehr hergeführt. Insofern freue ich mich besonders, dass ich heute hier bin und genieße das richtig. Was erwarten Sie vom musikalischen Teil heute Abend? Ich lasse mich überraschen. Mark Marshall ist da, das weiß ich, hat eine tolle Stimme und ich werde hier meine CD übrigens präsentieren, die nicht von mir gesungen wird, sondern eine Compilation ist von wunderschönen Titeln, die vielleicht die meisten noch gar nicht kennen, bekannt interpretieren. Die heißt Peter Illmann, Private Collection und die wird auch hier verkauft zugunsten von Kinderdachen. Und was macht die Nervosität des Veranstalters? Nein, ich will gar nicht von Nervosität sprechen. Das ist auch nicht Routine, sondern großer Spaß mit ganz, ganz viel Arbeit in den letzten Monaten und ich hoffe einen tollen Höhepunkt am heutigen Abend. Ah, da ist sie, die erste Lady in Red auf dem Red Carpet und neben ihr der Mann aus der Kaffeewerbung, ja ja, ihr Lebensgefährte. Doch er ist es, liebe Fotografen, Bruno Macalini, damals als Angelo bekannt geworden mit Ich habe gar kein Auto, Signora. Ja, und das wollten wir auch von Jutta Speidel wissen, aber die war schon nervös, denn sie sollte gleich den Award bekommen. Gerade war Henry Maske hier bei uns am Mikrofon. Jetzt ist jemand von 1997 als Eurofighter, ging er damals durch die Presse, Ex-Schalker Spieler Ingo Anderbrügge. Er engagiert sich ganz intensiv für Kinder. Aus Schalke nach Dortmund zu kommen, fällt dir für die gute Tat für Kinder nicht schwer? Nein, absolut nicht, aber das fällt mir grundsätzlich nicht schwer, denn das war so meine Ausbildung bei Borussia Dortmund. Es macht mir immer wieder Spaß, auch nach Dortmund zu kommen, auch ins Stadion. Wir können als Sportler viel zurückgeben. Wir machen immer sehr gerne auch Fußballspiele. Christian, die achte Ausgabe, Kind Award. Wo steckt die Nervosität heute bei dir? Dass man wirklich vor neun Monaten angefangen hat, den Planung angefangen hat und dass es wie eine Schwangerschaft ist. Heute Abend ist die Geburt und man freut sich wahnsinnig, wie das Produkt aussieht. Wie soll es denn werden auf der Bühne? Habt ihr irgendwas abgesprochen oder konzentriert ihr euch aufs Publikum oder auf die Fakten der Spendeneingänge? Im Endeffekt ein bunter Strauß aus all dem, was die gerade gesagt haben. So ein bisschen Spaß und Freestyle muss ja auch sein, sonst wird es ja langweilig. Natürlich steht die Spende groß im Vordergrund und die Kinder, aber die haben ja in erster Linie am allermeisten Spaß und sollen ihn auch haben. Deswegen wird das, glaube ich, eine unterhaltsame, schöne, würdevolle Veranstaltung. Das Musikprojekt Fighting Spirits aus Düsseldorf. Und Mr. RTL Spendenmarathon Wolfram Kohns. Er kam mit Ehefrau und Maxi Cosi für den kleinen Sohn. Nach so wenig Schlaf konnte er noch lächeln, dazu später mehr. Janine hat vorhin gesagt, sie hat sich die ganze vergangenen Nacht auf eure gesamte Moderation und auf eure Doppelmoderation vorbereitet. Wie war deine Nacht? Also ich habe mich ja schon seit Wochen, also all die Nächte habe ich mich auf diese Moderation vorbereitet und ich glaube, dass sie eine ausgesprungen gute. Ich meine, sie sieht sehr gut aus, sie ist sehr talentiert, sie ist unglaublich charmant und ich glaube, sie ist für diesen Job wie geschaffen. Aber sie hat schon andere Männer im Fernsehen in Grund und Boden geredet auf der Bühne. Ja. Wie ist dein Puls gerade? Der ist relativ entspannt. Also wenn Janine sprechen möchte, dann darf sie das natürlich auch. Also da bin ich ganz Gentleman, lass sie auch den Vortritt. Wenn ich weniger arbeiten muss, habe ich erstmal nichts dagegen. Aber ich glaube, wir werden da perfekt harmonieren. Ich freue mich sehr darauf, bin sehr gespannt, wie der Abend verläuft. Es ist ja heute wieder ein bisschen anders aufgebaut als die Jahre zuvor. Eine andere Halle, die sensationell gut aussieht. Wir haben tolle Preisträger. Es kann nur gut werden. Ja, er sollte recht haben, der Matze Knob. Die Westfalenhalle 2 war showträchtig ausgestattet, die Tische edel eingedeckt für 670 Gäste und nun konnte es losgehen. Sie konnte beginnen. Die Ehrung für Persönlichkeiten, die sich im besonderen Maße für Kinder engagiert haben. Bitte begrüßen Sie und Ihre Moderatoren. Matze Knob und Janine Michaisel. Vielen Dank für den sehr freundlichen Applaus und herzlich willkommen zur achten Kinderlachengala. Der Kind-Award-Organisation ging an den RTL-Spenden-Marathon, der einst durch RTL-Moderator Wolfram Kohns ins Leben gerufen wurde. Laudatio und Preisübergabe Kollegin Katja Burkatt. Das Publikum war fasziniert von der jahrelangen Arbeit und der Spendenbereitschaft und dem Engagement von Wolfram Kohns und dem Kölner Sender RTL. Und Wolfram Kohns? Er hat noch eine Botschaft mit auf den Weg gegeben. Wir hören nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Dankeschön. Den Kind-Award-National erhielt in diesem Jahr Schauspielerin Jutta Speidel für die Gründung von Horizont e.V., eine gemeinnützige Einrichtung in München für obdachlose Mütter und ihre Kinder. Ich habe wahnsinnig viel Geld gesammelt, habe aber nicht große Konzerne oder irgendwelche ganz wahnsinnig tollen Spender an meiner Seite gehabt, sondern es ist mir wirklich gelungen, dass ich sehr gut gesät habe in den Menschen, die mich achten und mich schätzen, die sagen, okay, ich gebe dir 10 Euro, 20 Euro und manche hat eben mehr gegeben. Das ist aber immer aufregend und vielen, vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Award. Das muss man anders machen, besser machen. Und was ich vor allen Dingen mir vorgenommen hatte, ich wollte, dass in Deutschland jeder weiß, dass es obdachlose Kinder gibt und zwar deutschlandweit, in jeder Stadt. Den Kind Award in der Kategorie Sonderpreis übergab die ungeschlagene Doppelweltmeisterin im Mittelgewichtsboxen Christina Hammer an Boxlegende Henry Maske, der für seine Gründung und Arbeit in der Henry Maske Place for Kids Stiftung ausgezeichnet wurde. Ein Bild für die Geschichtsbücher. Herzlichen Glückwunsch, Henry Maske. Jetzt war erstmal eine kurze Pause angesagt, zumindest für die Pressevertreter. Ein Mineralwasser und dann ging es vom Pressetisch, der einsam und verlassen dastand, direkt ans Laptop. Bilder wurden verschickt in die Redaktionen, damit am nächsten Tag schon die Schlagzeilen stimmen konnten. Mehr als 50 Pressevertreter waren in diesem Jahr bei der Gala. Hinter den Kulissen, da bereiteten sich schon die Service-Mitarbeiter akribisch auf den nächsten Gang des Menüs vor. 670 Menüs in 15 Minuten. Sehr spannend und sehr interessant, was da so passiert. Nur ein kleiner Auszug aus der Menükarte. Filet vom Prime Beef mit Trüffeljus, Gemüsebouquet und Kartoffelgratin-Törtchen. Einfach köstlich. Und zum Abschluss ein feines Champagner-Mousse mit Schokoladen-Kokos-Vignetta. Edle Tropfen aus dem Piemont. Ein langer Nebbiolo, ausgesucht und gesponsert von Weinexperte Martin Hartwig. Und da durfte es schon mal die 3-Liter-Flasche sein. Hoppla! Gar nicht unedel ausgestattet. Das Foyer. Hübsch hergerichtet für den Verkauf der Tombola-Lose. Und als Treffpunkt fürs Fotoshooting. Daisy wollte wissen, welcher Designer versteckt sich hinter diesen tollen Kleidern? Das ist von BCBG. Also es ist eine meiner Lieblingsmarken. Dieses Kleid, das hängt bestimmt schon 3 Jahre bei mir im Schrank. Ich bin so ein kleiner Kleidersammler. Also ich liebe Kleider. Und auch wenn ich überhaupt gar nicht weiß, wo ich sie jetzt gerade anziehe, ich hole sie einfach und dann sammle ich die. Und es hat jetzt heute super gepasst. Also was Kleider betrifft, das mache ich alles selbst. Also da denke ich auch immer, dass ich am besten weiß, was mir steht. Aber die Haare und so, das macht jetzt seit 2 Jahren eine Freundin von mir, die Anja. Die macht das super, die ist Visagistin. Jana Ina Zarella, gerade schwanger. Dein Kleid, warum schwarz heute? Also eigentlich sieht man mich selten im Schwarz. Ich liebe Farben und bin immer sehr bunt angezogen. Aber ab dem Moment, wo man ein bisschen runder aussieht, dann sollte man vielleicht für zu dunkle Farben greifen. Wenn ein Kind lacht, bedeutet es, dass das Kind glücklich ist, zufrieden. Kinder brauchen nicht viel zu lachen. Und davon müssen wir Erwachsene lernen. Ein bisschen Aufmerksamkeit, ein kleines Spielzeug dazu, was nicht teuer sein muss. Und einfach, dass jemand da ist und sich mit diesem Kind beschäftigt, dass es schon genug für einen lächelt. Und das macht einfach den Tag schöner. Ja, ja, die Schönen in den Kleidern. Von wem ist das Kleid? Das Kleid ist von Jasmine DiMailo. Das ist eine sehr gute Freundin von mir, die aber leider nicht mehr entwirft. Ihr Vater war der Besitzer von Harrods. Was sagst du denn zu dem Trend pink und rot? Ja, es gibt ja auch pink und orange, rot und orange. Und in Italien kombiniert man ja auch schon ewig Zeiten, dunkelblau und schwarz oder schwarz und braun. Ich denke, wenn man ein bisschen ein Händchen dafür hat und ein Auge dafür hat, die Sachen trotzdem mit Klasse zu kombinieren, dann kann man auch pink und rot kombinieren. Warum denn nicht? Ganz so edel war ihr Mann Oliver Pocher nicht gekleidet. Aber dafür war er ein genialer Auktionator. Autogramme von Elton John, Lionel Richie, Ozzy Osbourne und Peter Maffay auf der Gitarre, die brachten Geld in die Kasse. Er ist einfach für jeden Spaß zu haben, wenn's um das Sammeln von Spenden geht. Olli Pocher im Einteiler des erfolgreichen Deutschlandachter. Gewirkt hat es. Insgesamt kamen für Kinderlachen in diesem Jahr bei der Gala 168.728 Euro zusammen. Spenden, sammeln, lachen, tanzen. Das war an diesem Abend angesagt. Die musikalische Leitung übernahm in diesem Jahr erstmalig Kinderlachenbotschafter und Sänger Marc Marschall, der mit einer elfköpfigen Band für eine besondere und einzigartige Atmosphäre sorgte. Die letzten gingen morgens um sechs. Da hieß es dann nur noch auf Wiedersehen bis zum nächsten Jahr. Die neunte Gala am 7. Dezember 2013. Die neunte Gala am 8. Dezember 2013.